Was, Leute? Mein Name ist der Injustice! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Case Animatronics Survival 2. Wir sind, äh, naja, gleich sehen wir, wo wir stehen geblieben sind. Aber, Leute, ich hab noch einige Videos zur Platte, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, okay? Die ganzen Videos, wenn ich sie hochladen soll, so schnell wie es geht, lasst es mir oben da unter Abonnieren kostenlos, um keine Videos mehr dazu aufzupassen. Und, ähm, oh, hier sind wir, oh nein, wieso lädt das erst hier? Okay, ja, willkommen zu einem neuen Video, Leute, das, ähm, ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Aber das ist halt so gruselig, ey. Das ist so gruselig, wir müssen, genau, ja, die Fuse, das hab ich schon getan beim letzten Mal. Ähm, oh, da ist einer. Okay, warte. Ja, ja, chill, chill, Bro, pack sie einfach rein. Und jetzt Nein drücken. Genau. Oh mein Gott, das hab ich schon beim letzten Mal gemacht. Alter Schwede. Okay, dann einfach hier durch. Dann hier durch. Er kommt gleich. Ähm, oh Gott. Genau, der Akku war leer. Wir müssen den neu aufladen. Irgendwie blöd, dass wir hier sind, aber machen wir trotzdem nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Okay. Wir müssen jetzt wieder zur Warehouse gehen. Aber ja, nochmal, willkommen zu einer neuen Folge. Ich hab ja gestern schon eine Folge hochgeladen. Und, ähm, ja, das Spiel ist gruselig. Verdammt gruselig. Ich dachte, ich hab mich ein bisschen abgehärtet, aber anscheinend nicht. Ich bin immer noch so schreckhaft. Aber ich muss dazu sagen, das Spiel ist auch wirklich gruselig. Wir brauchen aber eine Brechstange, so wie es aussieht. Und wir müssen dazu zum Warehouse zurück. Da, wo wir das letzte Mal schon waren. Oh, scheiße. Was hat sie gehört? Ja, das hat sie gehört, leider. Mal gucken, ob ich mich hier irgendwo verstecken kann. Würde mich interessieren. Oh! Oh mein Gott, das meine ich. Genau das meine ich. Oh mein Gott. Junge. Ich darf nicht laufen bei dem Spiel. Wir müssen irgendwie zum Warehouse kommen. Oh, ich muss alles wieder von vorne machen. Das Spiel speichert aber auch irgendwie komisch, ne? Ich meine, es könnte ruhig da speichern, wo ich, nachdem ich das alles gemacht habe. Okay, also, wir sind wieder da. Ich darf halt nicht sterben, sonst speichert das Spiel so richtig komisch. Sieht aber so aus, als würden die... Okay, er kommt hier lang. What? Nein, hör auf. Bitte. Hör doch auf. Ich bin wieder tot, oder? Ja, ich bin wieder tot, Leute. Jetzt bin ich tot. Oh Gott. Oh mein, ich bin tot. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Er geht weg. Wie hat er mich gehört? Okay. Wahrscheinlich hat er mich gehört, weil ich... ...gelaufen bin. Wohin lang geht er jetzt? Wenn seine... Ich kann es nicht einschätzen. Okay, seine Schritte werden leiser. Das ist gut. Das Ding ist, man muss hier wirklich gut Schritte hören können. Oh, er geht da lang. Okay, ich folge ihm mal. Wir müssen da zum Warehouse rein. Mein Problem ist bei dem Spiel, wenn er dich einmal verfolgt, dann hört er nicht auf. Also, es gibt kaum einen Entkommen, wenn man... Okay, warte, ich habe eine Idee. In der Hoffnung, dass er jetzt rauskommen wird, weil... Da geht es zum Warehouse... Oh, Holz. Ich dachte, ich kann es aufsammeln. Wir können hier bleiben, theoretisch. Aber dazu müsste er hierher lang kommen und da lang gehen. Dann könnten wir da reingehen, weil... ...er ist da halt gerade drinnen, ne? Oder? Warte. Ich könnte mich auch hier verstecken, das geht auch. Lass mal tun. Okay. Ich müsste jetzt halt warten. Warte, ich gehe mal weiter. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Okay. Schade. Oh, mein Gott. Ich will gar nicht mein Headset aufziehen. Ich will gar nicht mein Headset aufziehen. Wirklich nicht. What? Er geht an mir vorbei? Was? Oh, mein Gott. Er ist einfach nicht mehr vorbeigegangen. Ich... Ich stehe mal auf. Ne Grober soll ich finden. Eine Brechstange, also. Ihr wisst schon, mit dem, mit dem wir immer einbrechen in eine andere Wohnung. Ja, genau, diese Brechstange. Ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Gott, er kommt nicht hier lang, oder? Ihr wisst, was ich meine, Leute. Das ist das Haus, wo wir letztens eingebrochen sind. Weißt du nicht mehr? Da haben wir doch auch eine Brechstange benutzt. Ja, genau, genau. Da ist eine Brechstange. Jetzt weißt du es. Gott, haben wir viel Geld bekommen. Jetzt sind wir reich. Nein, jetzt sind wir nicht. Wir sind arm rausgekommen. Wir wurden erwischt von der Polizei. Weißt du noch? Okay, klar. Spaß. Brechstange. Wo finden wir eine? Ich meine, hier könnte sie überall liegen. Sie könnte wortwörtlich überall sein, also... Ich weiß nur eine Sache. Früher, später werde ich wieder enorm schreien, weil ich bei dem Spiel immer schreie. Brechstange, wo bist du? Das Ding ist, es gibt hier ja nicht mehr eine Ordnung, oder so. So, ich meine, man würde sagen, okay, die ganzen Stangen sind dort. Aber ist ja hier nicht der Fall. Hier auch nicht. Ah, das ist der Tisch, oder? Aber... Oh, oh. Die Tablet aufheben und den Lock? Was für ein Tablet? Seine andere Schöpfung wartet auf mich? Okay. Äh, das ist gar nicht geil, Bro. Oh, je. Na, solange das Spiel wenigstens vernünftig gespeichert hat. Aber jetzt sind zwei Animatronics hier, nicht nur einer. Oh, mein Gott. Das ist gerade nervig, Leute. Also, da habe ich gar kein... Oh, no. What? Ich schille hier mal in der Ecke. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, wir sind tot. Was macht die denn? Ach, immer wenn ich wegschaue. Kann das sein? Oh, mein Gott. Also, bei dem, glaube ich, ist einer dieser, dieser, naja, Animatronics, wo du hinschaust, dann bewegt es sich nicht. Und wenn du wegschaust, bewegt es sich wieder. Oh, wir sind wieder hier. Das heißt, ich muss alles wiederholen, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, scheiße. Wir sind tot. Und mein... Was? Wir sind tot. Oh, mein Gott. Hinter mir, Bro. Was tust du da? Was tust du da? Oh. Ach, scheiße. Nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen, Leute. Und ich bin in der Ecke, also, ja, das war's. Okay, er geht da lang. Er kann das Licht, glaube ich, nicht sehen. Lass ihn ja provozieren. Wir werden es jetzt... Hier? Okay, nein. Er kann es nicht sehen. Das kann mir keiner sagen. Ich schaue mir nochmal die Blechstange. Und dann müssen wir gucken, wie wir mit Euli klarkommen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er anders funktioniert. Ich glaube, wenn man ihn anguckt, bewegt er sich nicht. Wenn man ihm aber nur zu nahe kommt, gibt es trotzdem einen Jumpscare. Und das versuchen wir jetzt zu vermeiden. Die Jumpscares versuchen wir jetzt zu vermeiden. Ist natürlich nie ganz möglich, weil es halt ein sehr intensives Spiel ist. Aber wir geben unser Bestes hier, okay? In Danny Town. Oh, warte mal. Habe ich die Blechstange zufällig schon? Ich glaube, ich habe sie zufällig schon. Also, was heißt zufällig? Ähm. Weil sie liegt dort nicht mehr. Oder ich habe eine Neu... Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie woanders liegt. Sie war hier, ne? Und ich habe sie tatsächlich. Aber wo ist dann Euli? Ne, das macht auch keinen Sinn. Euli ist ja auch noch nicht da, oder? Jetzt bin ich verwirrt, weil... Ich weiß nicht genau, wo mich das Spiel gesettet hat, als ich gespeichert habe. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr sicher. Aber vielleicht ist ja... Ne, Euli ist noch nicht da. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber sag mir nicht, dies ist an einer anderen Stelle. Das wäre voll nervig. Wer hat sie hier? Wow. Okay. Bro, wir haben jetzt aber ein Problem. Wir haben ein Problem jetzt. Oh mein Gott. Ich hoffe... Das Teil funktioniert so, wie ich denke, dass es funktioniert. Weil ich vermute nur, was ich meine. Es ist jetzt nicht so, dass ich wüsste, wie es funktioniert. Okay, jetzt kommt es ja wieder. Und jetzt werden wir es erfahren. Wo ist es? Da hinten. Okay, wir schauen weg und schauen hin. Wir schauen weg. Ja. Es funktioniert leider so. Leider funktioniert es so. Okay, komm näher. Komm näher. Okay. Sehr schön. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Wir haben ein Problem. Scheiße. Ich kann da nicht wirklich lang. Okay, warte. Wir müssen dafür sorgen, dass er hierher kommt. Indem wir uns jetzt wegdrehen. Und dann hinschauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon wieder zu viel des Guten. Die Frage ist... Okay, hi. Hi. Oh nein. Oh mein Gott. Was? Vielleicht Licht aus. Ich glaube, er mag kein Licht. Kann das sein? Das könnte sein. Oh mein Gott. Jetzt können wir nochmal sehen. Ich mache mal den hier. Und das ist nur ein Test jetzt, um zu gucken, ob er... Oh mein Gott. Okay, er reagiert auf Licht. Er reagiert auf Licht. Jetzt wissen wir es wenigstens. Jetzt wissen wir es wenigstens. Okay. Auf Neues, Leute. Ich versuche hier mein Bestes. Okay. Nur jetzt. Ja, okay. Jetzt müssen wir mal checken. Ja, okay. Also, das check ich dort nicht. Ich verstehe das nicht ganz. Wir dürfen sie nicht zu lange anschauen, vielleicht. Das kann sein. Nicht zu lange anschauen, okay. Komm hier. Okay. Okay, okay. Oder vielleicht dürfen wir Licht anmachen, aber halt nicht zu lange schauen, ne? Ja, da liegt es wahrscheinlich. Okay, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, genau. Komm, äh, können wir, okay, komm her lang. Wir gehen mal hier lang. Wir müssen eine Abkürzung nehmen oder so. Wo ist er? Oh mein Gott, wo ist der Typ hin? Das nervt so hart. Wo ist er? Jetzt sehe ich ihn halt nicht mehr, ne? Okay, warte, ich mache mal den hier. Er muss doch hier irgendwo sein. Bro, zeig dich bitte. Wenn ich ihn nicht sehe, das kann ich nicht, wenn ich ihn nicht sehe. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, Leute. Wie, wie? Okay, 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 okay. Jetzt checke ich noch gar nichts mehr. Wie zum Teufel. Okay, ich kann natürlich noch nicht aufgeben, Leute. Keine Frage. Ich kann nicht aufgeben. Ich verstehe nur nicht, wie er mich da vorbekommen hat, weil wenn ich das nicht verstehe, dann ist es schon nervig, muss ich sagen. Also ich feiere es. Vielleicht hat er mich doch bekommen oder so. Vielleicht habe ich ihn aufgehört anzuschauen und dann war er, weiß ich nicht genau. So, komm, hier lang, genau. Und jetzt, wo bist du? Da bist du. Solange wir ihn sehen, sollte alles gut... Okay, ich... Scheiße, warte, können wir ja durch? Ich glaube, das sollte klappen. Ja, okay, jetzt müssen wir irgendwie lebendig rauskommen. Ohne dass er mich bekommt, ne? Nein. Der andere existiert ja auch noch. Soll ich vielleicht kurz mal anmerken. Dass der andere auch noch existiert. Er kommt von dort, okay. Okay, okay. Wir müssen ihn halt im Auge behalten, weil er ist halt schneller als der andere. Wir müssen jetzt in unseren Raum zurückkehren. Und das wird nicht so easy sein. Oh mein Gott. Also, es funktioniert wirklich nur... Oh mein Gott. Nein. Er sieht mich jetzt auch. Das ist nicht gut. Wo kann ich mich hier verstecken? Hier vielleicht? Warte. Versteck mich mal hier irgendwo. Okay. Weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß halt nicht, wo der andere ist jetzt, ne? Okay, er weiß, wo ich bin. Scheiße. Okay, wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? Lebe ich... Ich glaube... Ich glaube... Oh, scheiße. Ich würde am liebsten einfach ins Loch... Oh mein Gott. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich war so kurz davor. Ich war so kurz davor. Warte. Oh, er kommt von dort. Scheiße. Okay, hier speichert das Spiel. Krass. Krass. Ich finde es halt crazy, dass es hier speichert, muss ich sagen. Ich bin tot aber. Oh, da ist... Ah, nee, ich dachte, da wäre ein Weg. Okay. Crazy, dass es hier auch speichert. Krass. Also, ich muss da gar nicht zurück. Wow. Ich bin halt wirklich, wirklich dankbar dafür. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt haben wir ja nur ein Problem nur noch. Und zwar, von wo kommt unser anderer Freund? Das ist eine Frage, die stelle ich mir. Und ich weiß es halt nicht. Oh Gott. Er hat mich gesehen. Okay. Kann ich jetzt hier reingehen? Oh, nicht schon wieder. Bro, ich schreck mich wirklich, von wo du kommst, Bro. Von wo kommt er? Ich verliere ihn irgendwie. Ich habe ihn verloren. Und, ja, weiß nicht. Irgendwie ist das echt komisch. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich werde einfach hier lang gehen. Ich mache es einfach. Okay. Bro, ich... Ich weiß wirklich nicht, von wo. Früher, später muss er sich ja zeigen. Von wo? Ah, er hat es teleportiert, oder? Ich glaube, ja. Er hat es teleportiert. Das war das Geräusch. So kommt er sozusagen. Okay. So, sind wir hier sicher? Ich weiß es nicht. Okay. Oh Gott. Jetzt haben wir das Tablet wieder. Oh, aber wenn ich... Oh, aber wenn ich... Scheiße. Was soll ich jetzt tun nochmal? Scheiße, was ist meine Aufgabe jetzt? Ich habe jetzt das Tablet und das ist zwar schön und gut, aber... Ich weiß nicht wirklich, wo ich gerade bin. Keine Verbindung. Alles hat keine Verbindung. Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen hier raus. Aber wir haben zwei Animatronics. Ich frage mich nur gerade, ob das Teil auf mein... Mein... Auf meine Soundtrack... Ach, das war die Lampe. Ich glaube, Leute... Weil es hat aufgehört, mich zu verfolgen. Es wird sehr wahrscheinlich auf Geräusche achten. Ja. Es müssen Geräusche sein. Anders... Oh, Scheiße. Aber ich bin tot, oder? Ich bin tot, ja. Ich versuche... Oh mein Gott. Ich bin tot, aber... Ich bin tot. Oh. Okay, ja, ja. Es reagiert auf Geräusche. Es muss auf Geräusche reagieren. Ich kann es ja nicht alles erklären. Okay, er ist hier. Er geht jetzt in meine Richtung, so wie es aussieht. Warte mal. Er geht ja wirklich genau zu mir. Wollte er mich auf den Arm nehmen? Also genau zu mir. Wieso tut er das? Das ist ja gar kein Sinn drin gerade. Oh mein Gott. Mach das aus. Er geht... Er ist hier drin. Er ist ja... Einfach mal drin, ne? What? Und er geht wieder raus. Okay. Ähm. Wir sollten wissen, wo er lang geht. Jetzt sehe ich wenigstens. Wo ich lang gehen soll. Warte mal. B2. Er wird jetzt hier lang gehen. Solange ich geduckt bin, sollte ich sicher sein vor dem einen Freak. Okay, wo ist er hin? Er ist zu... Warte, er ist zu... Okay, ich weiß, wo er gegangen ist. Er ist nach rechts gegangen. Deswegen sehen wir ihn nicht. Okay, er kommt jetzt von... Er sieht mich. Nein. Ernsthaft? Okay, wir haben ein Problem. Das Teil wird hier angezogen von... Von Zauns, also. Oh, nein. Nervig. Wow. Er rennt um sein Leben. Wo anders hin? Alter, schau dir mal vor. Er hat Angst vor dem anderen Amatronic. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber ich glaube, ich muss da rein. Ich glaube, da war eine Tür. Und jetzt haben wir die Brechstange. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass wir sie beim Schloss benutzen müssen. Oh, ich sehe mich selbst auf der Kamera. Das ist eine coole Sache. Okay, ja, dieser Tür dort. Das war auf jeden Fall, war so. Okay, scheiße. Oh, nein, nicht schon wieder, Bro. Ich hatte halt Schiss, weil... Okay, er geht also auf Geräusche. Das heißt... Wie soll ich ihn denn... Ich glaube, ich weiß, wie. Ich glaube. Was? Bro, was für ein blöder Spawn ist das denn? Ach komm, tötet mich einfach. Okay, das eine Teil ist weg. Ich werde das jetzt nochmal machen. Diesmal dürfen wir ihn aber nicht die ganze Zeit anschauen. Okay. Ja, genau. Genau, komm hierher. Komm hierher. Oh mein Gott, now what? Okay. Also... Er will auf jeden Fall nicht... Nein. Jetzt auch noch der andere, ernsthaft. Also, nee. Nein. Nein. Okay, bitte. Bitte. Er sieht mich, oder? Ich bin tot. Ja, oh mein Gott. Zwei auf einmal, Leute. Wie soll man das bitte machen? Er haut halt wirklich hier ab, ne? Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt jetzt zwei Wege hier rein. Und die will ich gerne nutzen. Ich muss dieses Toe distracken. Okay. Sie sind, die zu Neuse sind. Ja, geht er? Ja, nicht unbedingt. Also, jetzt zum Beispiel mache ich ja gar keine Sounds. Nee, ich mache gar keine Sounds, aber er bewegt sich halt nicht. Hallo? Kommt er? Ja, geht doch. Geht doch. Aber was jetzt? Da wollen wir halt nicht lang gehen, ne? Okay, er kommt jetzt hierher. Was wollen wir denn hier tun? Hallo? Kommst du mal näher? Bro? Und der andere kommt halt bald wieder, ne? Ja, jetzt chillt er dort einfach. Das glaube ich nicht. Also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme da einfach nicht lang. Kommt mal um die Ecke. Er will auch nicht um die Ecken kommen. Das mag er nicht. Ich bitte mal. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Geil. Ja, er... Oh, warte. Ach so, wir sehen hier eine Kamera. Oh. Vielleicht wollen wir ihn in der Kamera sehen? Oh, nein. Okay. Oh, er kommt da nicht vorbei. Alter, ist er blöd. Alter, ist er blöd. Ja, dann müssen wir ihn in der Kamera gleich ausschalten. Ernsthaft? Die chillen da jetzt? Ja, jetzt chillen die beide hier. Beide. Ach, du Kacke. Ja, das war so klar, ne? Das war einfach so klar, ey. Was soll ich dazu sagen? Okay, das ist eine coole Perspektive. Die Frage ist, wo lang geht er jetzt? Geht er zu mir oder... Komm, bitte geh nach rechts. Bitte geh nach rechts. Geh einfach nach rechts. Ach, jetzt kommt er wieder zu mir. Also, das ist nicht so geil, muss ich sagen. Und das ist auch nicht viel besser. Jetzt ist er in meinem Zimmer. Aber er geht sofort wieder raus. Okay, ich muss es jetzt so oft probieren wie möglich. Ich habe eine Idee. Aber die Umsetzung ist halt meistens nicht so einfach, weil manchmal bleibt er einfach stehen, vor allem um Ecken. Dann geht er auch nicht weiter. Und das macht das ein bisschen, ein bisschen weird, muss ich sagen, das Ganze. Okay. Folge mir mal. Folge mir mal, ja. Folge mir mal. Weiter. Folge mir. Genau. Genau. Boah. Boah. Okay. Was aber jetzt? Wo ist er hin? Okay. Scheiße. Ja, okay. Da ist natürlich jetzt die Arschkarte. Weil jetzt habe ich keinen Plan mehr. Das war's. Jetzt war's das, Leute. Ja, jetzt war's das. Ich habe es euch gesagt. Das war's. Ich habe es euch gesagt. Es muss halt hier irgendwie einen Ort geben, wo ich da lang kann. Und da ist er mich weiterhin belästigt. Ja, wie? Es mag Geräusche. Ach so. Vielleicht müssen wir auch Geräusche machen. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh mein Gott, ich habe ihn hier nicht laufen sehen. Sehe ich ihn immer noch laufen? Ja, jetzt sind wir tot. Okay. Geht so. Oh mein Gott. Ich habe ein Gerät eingeschaltet. Ich wusste es. Ich habe es vorhin gesehen. Wisst ihr noch? Im ersten Part. Ich glaube, wir lenken es dort ab. Weil es... Oh nein. Weil ich... Weil ich... Oh mein Gott. Sonne... Oh! Was? S... 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 D... Nein! Nein, 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 nein! Nein, ich musste... Bro! Bro! Oh mein Gott! Willst du mich auf den Arm nehmen, Bro? Das ist doch nicht wahr. Was zum... Woher soll ich... W-A-S-D. Ich wüsste nicht, wo die Knöpfe sind. Ich wüsste es. Oh, nein. Der Lauf. Er kommt von da, ne? Das Ding ist, es immer wieder neu zu machen, ist irgendwann nicht mehr so geil. Seht ihr mich hier? Ist okay, wenn du mich hier siehst. Ich akzeptiere mein Schicksal. Tut er wahrscheinlich... Er tut er nicht. Okay, ich habe überlebt. Okay, wir müssen nur Tab und E drücken. Das sollte funktionieren. Aber dann sind wir noch nicht fertig. So, Tab und E. Nice. Das ist abgelenkt. Jetzt aber. Mal gucken. W-A-S-D. Okay, pass auf. Äh, was soll ich drücken? D... Äh, W... Ich habe zweimal D gedrückt. Ich habe zweimal D gedrückt. Okay, jetzt. D und S hier. Oh, nein, das werde ich mir nicht merken. W-A-A-S-D-S. Hab ich? Hab ich? Nein. Ich bin... Bro. Ich bin da in das Loch gefallen. Wollte mich auf den Arm nehmen. Oh, das nächste Kapitel. What? Das war ein Traum? Er hat das geträumt? Was für ein Traum war das, Bro? Okay. Das ist Chapter 2, glaube ich, oder? Das muss Chapter 2 sein, eigentlich. Wie auch immer, ob das Chapter 2 ist oder nicht. Ich werde das Video vorhin mal stehen lassen. Für mehr davon, lasst es oben da. Abonnieren, kostenlos. Aktivieren, lockern und abonnieren. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye. Bis zum nächsten Mal.